Hallo ihr Lieben! Wir stehen wie immer jedes Jahr, diesmal 2015, vor der Kultiva-Hampfmesse hier in Vösendorf. Du verkaufst jetzt auch Carrera-Bahn? Ja, nein. Ich versuche in Niederlanden zu sprechen. Goedemiddag, hör je mich? Kann ich mich hören? Kannst du mich hören? Ja, es ist Deutsch-Television. Ja, aber du hast Niederlanden zu sprechen. Hast du uns irgendetwas Neues mitzuteilen? Dieses Jahr feiern wir 30 Jahre Sensei Seeds. Ein spezielles Jahr für uns, wir haben einige feine Sachen am Start. Nächstes Jahr kommen wir mit neuen Sorten heraus, darunter eine, die wir Eagle Bill Vaporizer widmen, und eine Kalifornien-Sorte, weil es dort gerade den schönen Boom gibt. Und wir sehen, dass die Ausstellungen in Europa boomen, die Menschen bauen an, rauchen, die legalisieren. Ja, wir tun es jeden Tag um 4.20 Uhr. Jetzt keine Ahnung, wie viel Uhr gerade ist. Egal, es ist immer 4.20 Uhr. Ich breche das Gesetz, weil ich drinnen rauche. Wie genau schätzt ihr jetzt die Situation ein? Wird es eigentlich eher besser oder habt ihr eher das Gefühl, dass es schlechter wird? Kann man da irgendwie was drüber sagen? Wir machen Fortschritte, aber das verkompliziert die Situation natürlich. Die Regierungen sind jetzt herausgefordert, eine Lösung zu finden, weil immer mehr Menschen sich als Cannabiskonsumenten präsentieren und eine vernünftige Regulierung des Cannabis-Markts wünschen. CSCs tauchen in verschiedenen europäischen Ländern auf. Sie fordern das Gesetz und den Status Quo heraus, mit ihrer eigenen Lösung vom Schwarzmarkt unabhängig zu werden, weil sie der Prohibition nicht folgen. Als Alternative zu deiner Politik haben wir einen Weg gefunden, dass wir aus dem illegalen Markt entdeckt werden und auch nicht die Prohibition ist. Das habe ich gehört. Du bist ja auch Vorstand im belgischen Cannabis Social Club. Ja. Und der läuft da eigentlich schon regulär. Ja, was ist das regulär? Versteckt ihr euch da auch? Oder wie läuft das da genau? Wir operieren ganz offen, geben Interviews. Unsere Büros sind leicht zu finden. Wie viele Mitglieder oder Patienten habt ihr da schon? Also wird da unter Patienten und Konsumenten unterschieden? Wir haben 400 Mitglieder in vier Sektionen, die größte davon in Antwerpen. Unsere medizinische Sektion besteht aus 35 Leuten, welche auch von Experten betreut werden, die ihre Erfahrungen bewerten. Es sind sicher mehr als 35, die Cannabis als Medizin nutzen, die es aber nicht öffentlich machen wollen. Wir haben fleißig gesammelt. Es geht hier um eine Bürgerinitiative für den strafreien Eigenanbau durch Cannabispatienten. Also dass es Cannabispatienten erlaubt wird, ihre Medizin zu Hause anbauen zu dürfen. Da machen viele mit. Und es ist initiiert von der AG Kana. Schön, dass ihr mal kurz hier seid. Ja, danke. Ist noch irgendwas dazu zu sagen? Also wie viele Unterschriften gibt es bereits? Weißt du das? Ja, ich meine, es ist, weil es eben sehr viele Gruppierungen mittlerweile mitsammeln, auch oft total unkonventionelle Hanfgruppierungen, die einfach mit Hanf gar nichts zu tun haben. Ist ja zwei Monate schwer zu einschätzen. Es sind aber bisher, was ich aus verschiedenen Kreisen gehört habe, über 10.000 Stimmen korrekt unterschrieben worden. Und das Ziel, wirklich 60.000 oder noch mehr anzusteuern, wird immer genialer. Habe ich am Anfang gar nicht glauben können. In diesem Fall geht es in erster Linie um Medizin und Patienten. Und da ist es eigentlich extrem notwendig, weil wir müssen einfach schauen, dass die Leute in ihrer Angst nicht missbraucht werden durch Internetstrukturen, kriminelle Strukturen. Und das Geld dann auch wieder in Strukturen läuft, die gegen unser System arbeiten. Meine Fragen sind, wie lange läuft diese Initiative noch? Wie lange haben die Leute die Möglichkeit daran teilzunehmen? Eigentlich gedacht daran, dass wir das jetzt bis in den Winter eine laufen lassen und das kurz vor Weihnachten einreichen. Aber wenn es notwendig ist, das länger laufen zu lassen, dass wir die 63.000 zusammenkriegen. Enrico, in Italien gibt es jetzt auch Social Clubs, habe ich gehört. Ja, es gibt etwas unter dem Radar. Das Problem ist so, dass wir nicht gleichgesetzt der Hanfkonsum mit dem Anbau. Deshalb wird man das Mafioso bezeichnen, wenn man das oft tut. Eine große Verschwörung gegen Growers, indem es neulich die Anti-Mafia-Kommission vom Staat meinte, wir verschenken diesen ganzen Markt an Albania oder an die anderen kriminellen Organisationen, die alles in Europa unter Kontrolle haben. Es wäre sinnvoller zu legalisieren. Deshalb, es gibt über fast 300 Abgeordnete, die uns unterschrieben zu einer Art von vermindertem Monopol. Das heißt, freie Recht auf Anbau für Einzelne und Cannabis Social Clubs. Und die anderen müssen natürlich besteuert werden. Aber es ist auch unter statischer Kontrolle. Und euer Neujahrsslogan geht doch eher in Richtung Freedom to Farm, ne? Ja, ja. Meine letzte Frage, wann wird Cannabis in Italien legal, Enrico? Das ist ... Sag mir ein Jahr. Ich glaube drei Jahre. Drei Jahre. Drei. Cool. Ja, ich würde sagen Deutschland zehn. Österreich, Mario? Österreich, ja dann fünf. Ich bin in die Mitte. Vor uns. Nein, nein. Ihr kommt nicht vor uns. Ihr kommt nach uns. Wollen wir wetten? Komm, wir wetten vor Laufmann-Kamera. Um was denn? Um den ersten legalen Joint in dem Land, wo es zuerst legal wird. Ich bin sehr glücklich. Ich mag das Kultiva-Fest. Es ist ein sehr schönes Ort. Okay, was ist neu? Ist es etwas Besonderes? Ja, dieses Jahr feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum. Es ist ein sehr besonderes Jahr. Hier ist ein spezielles Beispiel für unser Sweet Seeds Gewinnspiel. Die Frage war, welche Strands gibt es neu 2015 bei Sweet Seeds? Wir haben sie hier. Was es ist, müsst ihr selber herausfinden. Auf jeden Fall, wenn ihr es herausfindet, dann ist es eures. Was hältst du von der Eröffnung von dem Hanfmuseum, was da jetzt aufgemacht wurde? Ja, einerseits natürlich gibt es immer die Geschichten, dass ich gegen die Legalisierung bin. Ich bin für die Legalisierung. Nur ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das wirklich ein geeigneter Schritt ist, um die Legalisierung zu beschleunigen. Die haben Sie das ja schon mal abgelehnt. Du wolltest auch irgendwas mit Blühen und Platz machen. Ich habe an das Gesundheitsministerium eine Anfrage gestellt. Ich wollte eine Samenzucht haben, die hat im Wesentlichen genauso ausgeschaut wie das Hanfmuseum. Auch mit Wildüberwachung und notarieller Vernichtung der Ernte. Und diese Anfrage wurde gemeinsam vom Gesundheitsministerium und dem Justizministerium beantwortet. Mit dem Ergebnis, dass eben blührende Pflanzen als Suchtgift anzusehen sind. Und deswegen eine Samenzucht nicht möglich ist, auch wenn das notariell vernichtet wird. Was wäre dein Weg für die Legalisierung? Oder was wären für dich die richtigen Schritte? Die richtigen Schritte? Schwierig. Ich glaube, da gibt es momentan... Ich habe jetzt schon viele Lösungen gesehen. Cannabis Social Club ist natürlich eine super Sache. Nur ich bin ja schon elf Jahre in dem Sektor tätig. Und ich weiß, ich habe meine Zweifel, ob wirklich ein gemeinnütziger Verein bleiben wird, wenn es um Hanf geht. Weil so viele materielle Interessen dahinter stecken. Dass ich sage, die Idee ist perfekt. Nur ich glaube nicht an die praktische Umsetzung und sehe es ja auch in Spanien. Wo das nicht sehr in den Kommerz geht. Und da sind halt meine Zweifel. Aber wie willst du das regulieren? Das ist die Frage. Wie willst du das kontrollieren? Hast du da wieder einen Verwaltungsaufwand? Deswegen glaube ich halt leider, dass... Ich habe, also wie gesagt, keine Lösung. Und ich glaube, dass es ein Staatsmonopol geben wird. Hier riecht es nach Hanf. Ja, ich muss dich natürlich auch mal besuchen. Gibt es bei euch eigentlich Neues, Neuigkeiten, neue Produkte, was sie anbieten? Ja, natürlich. Wir sind voll am entwickeln, voll am weitermachen. Wir werden jetzt eine E-Cigarette auf den Markt bringen. Und haben zur Messe CO2-Extrakt in Kapselform auf den Markt gebracht. Außerdem gibt es noch ein super neues Buch über CBD. Auch bei uns erhältlich. Ist auch immer wieder gefragt so was. Natürlich. Ja, genau. Richtig. Und da wir keine medizinischen Auskünfte geben dürfen, ist das natürlich optimal. Ja, absolut. Super. Und die dürfen das, ne? Die dürfen das. Du, das ist der Doktor Franjo. Wieso? Wieso dürfen eigentlich Bücher darüber Auskunft geben und Dinge? Das ist total blöd, oder? Weil das ein Arzt geschrieben hat. Aha. Also müssen wir erst studieren. Ja, genau. Im nächsten Leben. Ach, schaß. Im nächsten Leben. Jetzt gibt's bei euch jetzt von Scheiße. Wie läuft das eigentlich? Wir haben echt einen riesengeilen Sommer gehabt. 35 Grad. Und dann auf einmal Winter. Was sagst du dazu als Hanfambauer? Wie läuft das? Ja, der Sommer war ein bisschen problematisch, weil wir in zehn Wochen nur genau eine Nacht Regen gehabt haben. Das war definitiv zu wenig. Also wir haben ungefähr 50 Prozent Ernte-Einbußen. Aber nichtsdestotrotz sind wir heuer, haben wir 200 Hektar angebaut. Das heißt, Top-Produktion läuft. Ja, genau jetzt. Ja, dann zeigen die Zuschauer vielleicht das nächste Mal, wie ihr so arbeitet. Na, wollt ihr mal vorbeikommen? Ja. Na, bitte kommt vorbei und schaut sich die Ernte an. Würde mich voll freuen. Ja, dann zeigen wir euch das in der nächsten Folge mal, wie Medihemp arbeitet und wie das dann in die Flaschen kommt. Ja, wir verlosen jetzt drei sechsprozentige CO2-CBD-Öle auf Olivenöl-Basis. Okay. Und die Frage dazu lautet, was heißt CBD ausgeschrieben? Die Abkürzung ist CBD. Was ist die Nicht-Abkürzung? Irgendwie so. Beantwortet das einfach über gewinn-at-legalisieren.eu. Macht euch selber einen Kopf hier, die Frage beantwortet. Das ist auch kein Problem. Viel Glück dabei. Die Krankenkasse habe ich bis jetzt so erlebt, dass sie bei uns sehr positiv waren. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass sie nicht für uns arbeiten, sondern für die Ärzte. Was hat der Sohn genau? Er ist schwere Epileptika, seine Medikamente hatten schwerste Nebenwirkungen, haben teilweise gewirkt, haben dann aufgehört zu wirken. Durch die Statuskrämpfe ist er jetzt Valium-süchtig und hat schwerste Entzugserscheinungen. Und jetzt hätte ich eventuell die Möglichkeit, eine Medizin auszuprobieren, dieses Cannabis. Und ich bin aber mit einem Fuß ständig im Illegalen oder im Gefängnis. Klein, aber fein sage ich mal, was ist bei euch das Besondere, wie so anderes Gas? Ja, klein, aber fein würde ich mal sagen, trifft es ziemlich gut, weil das Gas bietet gegenüber den konventionellen Methoden. Also hier ist jetzt explizit Butan gemeint. Doch überragende Vorteile. Dimethyleter, also Dexodeme, Dimethyleter ist das, was drin ist, und zwar in hochreiner Form. Dimethyleter ist ein Gas, auch wie das Butan, mit dem Unterschied, dass es nicht toxisch ist, es ist nicht giftig. Dimethyleter ist aufgrund seiner guten Extraktionseigenschaften und der Tatsache, dass es nicht toxisch ist, auch ein sehr gebräuchliches Lösungsmittel in der Lebensmittelindustrie. Es ist halt wie gesagt, es wird im Körper abgeatmet. Butan staut sich an und wirkt dann neurotoxisch auf das zentrale Nervensystem. Du, dann die Rakete, die da vor mir steht, man kennt sie, es ist ein, ja, erklärt es einfach, man extrahiert da kurz mit, das sollten die Leute eigentlich mittlerweile schon wissen. Was ist daran Besonderes oder was ist daran besser oder gut? Er kombiniert einige Vorteile. Und zwar, er ist stabil, wie man sehen kann, er ist selbst stehend gebaut, er ist aus eloxiertem Aluminium gemacht. Das heißt, die Außenschicht des Aluminiums wurde verändert in einem kontrollierten Oxidationsprozess oxidiert und die Außenschicht ist ein sogenannter Korund. Und ein Oxid, das schon einmal reagiert hat, reagiert kein zweites Mal. Nebst dem ist der Korund, der dadurch entsteht, das zweitherdeste Material, das der Mensch kennt. Weiterhin, ähm, der Extraktor hat magnetische Füße, ähm, der Extraktor hat ein Gewinde. Sollte er haben, ne? Genau, weil, ähm, der Sicherheit wegen, es ist ein sehr stabiles Trapezgewinde. Der Filter ist aber V4A-Chromstahl, er kann durch Ziehen wieder in Form gebracht werden, sehr einfach. Der Extraktor besitzt eine Entleerungseinheit, das heißt, nach der Extraktion können die Pflanzenbestandteile sehr einfach durch Ziehen herausgenommen werden. Wenn man es allerdings durchstoßen möchte und lieber eine andere Methode präferiert, wir stellen das den Kunden offen, gibt es auch die Möglichkeit, das Kopfstück abzuschrauben. Und, man kann ihn auf diese Art und Weise komplett zerlegen und sogar in der Waschmaschine reinigen, im Gespürspüler. Das Kopfstück hat einen Innenraum. Der Innenraum dient als Kammer, wo das Gas einströmt. Ja. Die Platte, welche zur Entleerung dient, hat vier Löcher drin. Okay. Die Platte liegt so auf dem Kopfstück auf, wenn der Extraktor vorbereitet wird. Ja. Das bedeutet, das Gas, das einströmt, wird durch diesen Raum fließen müssen und durch die Löcher verteilt, gleichmäßig auf den ganzen Extraktor, was die Effizienz erhöht. Und die Ergebnisse sind erstaunlich. Ich würde sagen, schaut es euch an. Ich mag ja CIA TV persönlich selbst sehr. Danke. Und für eure User haben wir da noch etwas Kleines. Okay. Und es ist gebunden an eine kleine Frage, eine kleine Gewinnspielfrage, wo dann einige eurer Users eine Dose Dexter gratis gewinnen können. Okay. Und die Gewinnspielfrage wäre, für was steht die Abkürzung DME? Okay. Wie immer beantwortet das über gewinnen.legalisieren.eu und ihr erhaltet eine Nachricht, wenn ihr dieses tolle Gas gewinnen könnt. Und macht keinen Scheiß damit, ne? Ich danke dir. Bis dann. So, ja, Neues von Greenhouse Seeds lässt uns jetzt der Franco wissen. So, are you gonna tell us what's new? Yes. We are very excited about our new project Greenhouse Medical. We are launching this... Mit unseren Greenhouse Medical Seeds wollen wir in den nächsten Monaten auf den Markt. Wir kreieren eine große Datenbank, in der wir hohe CBD- und THC-Sorten auflisten wollen. In den nächsten sechs Monaten starten wir mit der klinischen Trocknung von Extrakten für die medizinische Anwendung. Wir beginnen in Amsterdam und werden es dann auch in Spanien anbieten können. Wie alt ist das Gros Magazin dieses Jahr geworden? Oh, das ist glaube ich 20 Jahre schon, oder? Bist du deppert. Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, vielen Dank. Ihr macht echt schöne Berichte und Leute, holt euch das Magazin, das lohnt wirklich tolle Sachen drin. Wir würden gerne an einer Verlosung, an eurer Verlosung teilnehmen. Schön. Und würden gerne hier einen Karton Papers und ein Shirt dazu zur Verfügung stellen. Super. Und was müssen die Leute dafür tun? Einfach mal eine ganz einfache Frage, wie alt das Gros Magazin dieses Jahr geworden ist. Also Leute, wie immer an gewinn.legalize.eu Wie alt ist das Gros Magazin geworden? Und wir schicken euch dann die Papers und das T-Shirt. Bis dann. Michi, gibst du da mal eben was? Wir haben nämlich ungefähr etwas über 1000 oder so Unterschriften für euch gesammelt und möchten die euch hier mit übergeben. Macht weiter so Jungs, schön, dass es euch gibt. Herzlichen Dank. Danke. Bis dann. Ich sage auch Danke. Wir sagen auch, schön, dass es euch gibt. Danke. Ciao. Tschüss. 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 Year'sед